Schienenendkappen für 3LinW Einzelprofile in drei Baugrößen. Form und Funktion in einem kleinen Zubehörteil für 3LinW Einzelschienen. In den Baugrößen 16, 20 und 25 Millimeter nutzen wir die Innenbohrungen der Linearwelle und haben für die Schienenkanten passende Endkappen entwickelt. Sie deckt die komplette Schnittkante ab und schützt vor Eindringen von Staub und Schmutz. Das Handling ist super einfach. Die Endkappen werden als Set geliefert. Einfach abklipsen und die passende Endkappe aufsetzen. Einfach und sieht gut aus.